Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast, hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Rick-Ersatz, Andreas. Ich grüße dich. Der Rick-Ersatz, finde ich das gut. Ich grüße dich auch, Chris. Hallo. Das weiß ich nicht, ob du es gut findest, was wir auch heute besprechen werden. Ob wir es gut finden, dass wir jetzt nach zwölf Jahren an einem Ende angekommen sind. Heute geht es um Ende und Anfänge. Das ist schon krass. Oder zwölf Jahre Walking Dead gehen jetzt zu Ende. Und was hatten wir Spaß mit dieser Serie. Und was hatten wir schlimme Zeiten mit dieser Serie. Never good times, never bad times. Genau. Ja, herrlich. Ich meine, das war ja schon was Neues damals 2010. 2010, Halloween ging es los. Und das war, was so den Gore-Faktor angeht, schon was Neues. Das hat man so vorher noch nicht in der Serienform gesehen. Ja, und man muss ja zwischendurch auch sagen, also so zum Beispiel Anfang der fünften Staffel, Ende der vierten irgendwie, da war das ja eine Serie. Wow. Also 18, 20 Millionen in den USA als Einschaltquote. Die haben teilweise Game of Thrones-artige Einschaltquoten gehabt. War mit Abstand die größte Serie, die es überhaupt im Streaming-Bereich gab. Und in Syndication hat es irgendwie alle in den Schatten gestellt oder sowas. Also das war unglaublich. Und gut, am Ende waren es dann halt irgendwie noch, beim Finale nochmal zwei Millionen. Es ging dann wirklich nur bergauf von Staffel 1 bis 5 von 4 Millionen auf 14 Millionen Zuschauer rauf. Das ist wirklich ein Brett, auch in den USA. Und dann, als wäre es irgendwie sinnbildlich, mit Terminus war dann Termini. Ja, dann ging es am Ende. Dann war man terminated. Und dann ging es kontinuierlich runter. Eigentlich schade, weil grundsätzlich hatte das mit Alexandria auch ja irgendwie, das war eine neue Ära und das hatte ja auch durchaus Potenzial. Aber irgendwie, keine Ahnung. Negan war eigentlich ein guter Bösewicht, aber irgendwie ist das alles dann zu lang gezogen gewesen. Die Drehbühe sind irgendwie ein bisschen schlechter geworden. Sachen sind schwieriger gelöst worden. Ich glaube, das war auch so der Anfang von den ganz schlimmen Fake-Outs, wo wir irgendwie Glenn unter dem Mülleimer hatten, wo wir gedacht haben, okay, stirbt der jetzt? Und ja, ja, schwierige Drehbücher, die dann irgendwie so ein bisschen den Spaß kaputt gemacht haben. Und es wurde ein bisschen besser, als Angela Kang übernommen hat, irgendwie zur neunten Staffel. Aber die hatte dann auch wieder Phasen, wo du zwischendurch mal sagen musstest, okay, also diese Zusatzepisoden, diese Covid-Zusatzepisoden hatte wirklich überhaupt niemand gebraucht. Und dazwischen waren auch, also was wir da für Gegner hatten, die wir jetzt auch schon wieder vergessen haben, irgendwie diese Military-Dudes mit diesem irren Pope als Anführer. Wir hatten Lea als Gegnerin, ja noch in dieser Staffel. Das war alles irgendwie schon schwierig, schwierig, schwierig. Insgesamt muss man ja auch sehen, haben sich natürlich über diese zwölf Jahre auch unsere Sehgewohnheiten geändert. Ich meine, Streaming war damals in Deutschland noch überhaupt gar kein Thema. In den USA vielleicht so höchstens so als Nische. Und es gehen ja alle TV-Quoten runter. Und über die Einschaltquoten, was Streaming angeht, da wird ja der Mantel des Schweigens drüber gedeckt. Am Ende muss man wahrscheinlich schon konstatieren, dass da noch genug Leute, genug Geld mitverdienen, sonst würde man es nicht weitermachen. Weil, und das haben wir ja auch öfter schon gesagt, weil es auch einfach günstig ist, das zu produzieren. Die haben am Ende irgendwie nicht mehr die Super-A-Schauspieler, SchauspielerInnen gehabt. Wobei, da ja durchaus auch Leute irgendwie dann noch bei Marvel aktiv waren, vor allen Dingen. Also wenn ich an die Michonne-Darstellerin denke oder die Darstellerin. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Rolle heißt hier von der Taubstummen-Schauspielerin. Whatever. Also es sind auch Leute irgendwie in die Karriere, auf der Karriereleiter hochgestiegen und die jetzt weiterhin auch dabei waren. Auch Lauren Cronen war sicherlich nicht total unerfolgreich, was sie sonst so gemacht hat. Ja, aber, ja, keine Ahnung. Also ich finde, die Sehgewohnheiten haben sich verändert, ja. Aber die Serie ist schon auch schlechter geworden. Wenn man jetzt nochmal so an ein paar Sachen denkt, keine Ahnung, die zweite Staffel finde ich immer noch sehr, sehr herausragend auf der Farm. Und wenn ich da an diese Szene denke, wie dann das kleine Mädchen aus dem Farmhaus hinausgeht, weil man irgendwann merkt, dass Herschel da ganz viele Zombies drin gefangen hält. Das war schon ein Moment, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wir können ja mal über ein paar so Momente sprechen. Schlaue Menschen haben es sich ausgerechnet. Wir haben insgesamt einen Zeitraum von 3800 Tagen, den diese elf Staffeln überspannen. Dabei haben wir von der Staffel 1 bis Staffel 9, aber ist der größte Teil, haben wir ja die insgesamt neun Jahre. Und dann ab Staffel 9, dann nochmal Staffel arg von sechs Jahren bis zu denen, wo wir jetzt angekommen sind. Also wir sind rein theoretisch so ein bisschen in der Zukunft jetzt. Wir als Zuschauer haben ungefähr 130 Stunden im Walking Dead Universum verbracht. Was ist wenig? Hätte ich sogar mehr gedacht. Ja, es sind 177 Folgen, im Schnitt 45 Minuten. Ja. Und ich habe mir mal so diese einzelnen größeren Storyteile nochmal zusammengefasst. Wir haben natürlich erstmal den Outbreak, wo wir Rick folgen. Ja, ja. Und mit dem berühmten Erwachen im Krankenhaus und auch dem berühmtesten Zombie-Kind ever. Das war ja schon ein Riesenskandal, dass ein Kind in einer ersten Folge sozusagen erschossen wird. Das war ja schon ein Riesenskandal. Übrigens, was mir da jetzt durch einen anderen Podcast aufgefallen ist und was mir überhaupt nicht klar war, das war ja schon ein Varianten-Zombie. Das Mädchen, der allererste Zombie, die hat nämlich ein Stofftier aufgehoben. Als Zombie. Stimmt, jetzt wurde es 16. Aber ich glaube, es war am Ende des Tages einfach nur ein Zufall. Maybe, aber ich meine, wir haben diese Aufhebe-Zombies, haben wir in der letzten Staffel jetzt ja nochmal gesehen. Richtig, genau. Da haben wir ja irgendwann diesen Zombie, der dieses Messer auflegt, glaube ich. Und vielleicht war das tatsächlich dann schon eine Variante. Ja, es war, glaube ich, damals eher for dramatic purposes. Maybe, maybe. Dann haben wir Rick on the Road, wo er dann auch auf Glenn trifft, relativ früh. Und die Episode mit dem Panzer, wo ich ja eigentlich schon innerlich vor und wahrscheinlich die meisten Zuschauer vor sich schon gesehen habe, ah, jetzt fährt der mit dem Panzer durch die Zombie-Horden. War ja leider nicht so. Wahrscheinlich zu teuer. Dann hatten wir die Episode im CDC mit dem letzten verbliebenen Wissenschaftler. Das ist krass, ne? Da hatten wir ja kurz gedacht, dass sie jetzt wirklich in die Aufschlüsselung geht, wo denn dieser Zombie-Virus herkommt, ne? Mit dem, ich weiß nicht, das war doch ein ganz bekannter Darsteller, der diesen letzten verbliebenen Wissenschaftler gespielt hat, ne? Ja, den Namen komme ich auch gerade nicht drauf, aber er hat eine tragende Rolle in einer ziemlich geilen Serie, Die Americans, die ich an dieser Stelle nochmal empfehlen kann. Ist auch schon abgeschlossen. Dann ging es ja weiter mit Herschels Farm. Dann waren wir ja schon auf Herschels Farm. Ja, und das haben wir sehr geliebt. Ja. Dann kommen die Episoden rund um das Gefängnis. Ja. Da war ja so der erste große Schocker, glaube ich, als wir die Schwangere, ich habe den Namen vergessen, quasi getötet haben, als Karl quasi kurz nach Judith Geburt seine Mutter umbringt. Ja. Richtig. Das war ja so ein sehr, sehr großer Schocker, der auch, glaube ich, durch die Medien ziemlich stark ging, weil das ja zu der Zeit auch wirklich eine Serie war, die wirklich alle bewegt hat. Und dann, okay, die haben gerade wirklich eine schwangere Frau zum Zombie gemacht und dann quasi umgebracht durch ihren Sohn. Also crazy. Ja. Da ist mir auch nochmal in Erinnerung gekommen, weißt du eigentlich, dass Judith ja gar nicht unbedingt Ricks Tochter war? Ja, weil sie war ja von seinem Polizeikollegen. Genau. Shane. Von Shane, genau, richtig. War das nur impliziert oder war das wirklich so? Nee, es war implizit. Also explizit ist das nie gesagt worden, aber es ist durchaus möglich, dass Judith tatsächlich die Tochter von Shane ist. Ja. Dann ging es weiter. Dann haben wir den ganzen Governor Arc. Also wir haben den Prison Arc, klar, wo wir gerade eben schon gesprochen mit, dann haben wir den Governor Arc. Ja. In Staffel 4, die natürlich überragend war und da erinnere ich mich in dieser Staffel, also ich erinnere mich gar nicht so sehr an diese Governor-Geschichte. Der war halt natürlich so ein sehr, sehr krasser Gegner, auch mit seiner Härte. Aber mein heftigster Moment, vielleicht in elf Staffeln überhaupt, ist Carol tötet Lizzie. Look at the flowers. Ja. Und das war ja wirklich, oh, gruselig. Einfach nur gruselig. Das war wirklich gruselig. Ja. In Staffel 4 ist dann auch Michonne dazu gestoßen. Nee, in Staffel 3 ist Michonne dazu gestoßen. Ah, Staffel 3 schon. Ja. Die läuft ja am Anfang mit diesen beiden Zombie-Wertern da quasi rum. Exakt, genau. Was ich jetzt auch in der Reihenfolge gar nicht mehr so hatte, war, dass nach dem Governor diese Terminus-Episode kommt, beziehungsweise dieser kleine Terminus-Arc. Genau, weil sie da irgendwie dann diese Schienen finden und einfach diese Schienen entlang gehen. Exakt, genau. Aber da hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt, da hatte ich jetzt reihenfolgetechnisch gar nicht mehr. Ich hätte das jetzt irgendwo vor dem Prison eingeordnet. Das war mir so nicht mehr, nicht mehr ganz klar. Ja, und dann haben wir ja auch noch die Episode und da weiß ich gerade gar nicht mehr, da kann ich mich nur dran nehmen. Wann ist das, als sie da kurz in der Stadt in dem Krankenhaus sind? Das ist Staffel 5. Ja, genau. Das ist bei mir so ein bisschen verschwommen tatsächlich, die Staffel. Als sie dann auf Gabriel, Eugene, Abraham und so weiter treffen, als die ganze Bande so alle dazukommen. Wobei Gabriel ja nicht mit Abraham dazukommt, aber das ist, glaube ich, so diese Geschichte, als sie da so dazustoßen. Das ist für mich irgendwie so der Weg von Flucht aus Terminus bis hin zu Alexandria ist irgendwie so ein bisschen verschwommen bei mir im Kopf. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nur, dass Aaron sie irgendwann findet und für Alexandria rekrutiert, aber da waren sie schon auf dem Weg, waren zwischendurch mal in der Kirche von Gabriel. Genau. Und waren auch in diesem Krankenhaus, das weiß ich auch noch, da war irgendwie auch noch dieser schwarze Darsteller, dessen Namen ich mir auch gar nicht mehr einfällt, der aber später nochmal wiederkommt, glaube ich, in Staffel 10 oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Und das ist auch dann, wie gesagt, wo man uns noch Eugene als Heilsbringer präsentiert. Er ist der Wissenschaftler, der die Lösung hat. Stimmt, die sind ja gar nicht unterwegs nach, also die sind ja unterwegs nach Washington, damit der die Lösung an die große Politik bringt. Und da sehen sie auch den Hubschrauber zum ersten Mal. Richtig. Ja. Ja. Dann kommen wir in Alexandria an und haben jetzt den Storyarc rund um das Kingdom und Hilltop und diese ganzen Geschichten, Oceanside, alles das. Und dann treten zum allerersten Mal in Staffel 6, glaube ich, treten dann die Saviors auf. Ja. Am Ende der sechsten Staffel. Genau, richtig, ganz genau. Und dann haben wir zum Beginn der siebten Staffel haben wir dann, ja, sozusagen den zweiten Gewaltexzess, um den jeder gesprochen hat, nämlich dann diese Szene, wo Negan, wo wir nicht wissen, am Ende der sechsten Staffel, wer dann von Negan totgeprügelt wird. Und wir es erst am Ende der siebten, am Anfang der siebten Staffel in der ersten Folge erfahren. Genau. Ich finde, mit Staffel 5 fängt dann ja dieses neue Zeitalter, was ich eben angesprochen habe, an, nämlich dieses Zeitalter. Aber unsere Gruppe rund um Rick findet eine neue Community und macht sie kaputt. Ja, genau. Das hat sich bis zum Ende durchgezogen im Prinzip. Das stimmt. Denn nach dem großen Saviour-Storyarc, der schon mit der längste in der ganzen Serie war, der hat sich ja über Staffel 7 hingezogen. Ich glaube, bis in Staffel 8 rein. Es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr lang angefühlt, wobei sich der Whisperer-Arc danach auch sehr, sehr lang angefühlt hat. Ja, aber vor den Whisperern kam noch die Geschichte um die Brücke. Was war denn da los mit dieser Brücke? Sie wollten die Brücke bauen als Abkürzung nach Oceanside. Und dann mussten sie die Brücke aber wieder einreißen, weil die halt natürlich auch, Kels für Priess von Walkern halt auch als Abkürzung genommen werden kann. Wie sich dann eben rausstellt, von den Whisperern dahin gelenkt. Und das ist dann der Moment gewesen, als Rick stirbt. Genau. Als die Brücke wieder zusammenbricht quasi. Also Rick stirbt. Als er sie sprengt, genau. Ja, genau. Und er fliegt dann ins Wasser und wird irgendwie dann vom Hubschrauber abgeholt. Richtig. Und beziehungsweise er wird ja dann von Jadis gefunden. Stimmt, das war ja erst mal, ja. Die Tanz-Truppe vom Schrottplatz. Boah, die habe ich ja völlig vergessen. Aber du hast sie natürlich nicht vergessen, weil sie ja in World Beyond vorkamen. Richtig, zumindest Jadis kam da drin vor. Nach den Whisperern ging es dann weiter mit den Reapers. Und dann sind wir auch schon im Commonwealth. Und da sind wir jetzt angekommen. Insgesamt 15 Jahre in Story später. Die Reapers sind wirklich so eine absolut vergessenswerte Zwischenepisode. Das ist wirklich schade, weil ich zwischendurch irgendwie gedacht hatte, wenn du jetzt so eine richtig krass gut strukturierte Military-Dudes-Truppe hast, dann wäre das auch ein echt guter Gegner. Aber dann wurde denen plötzlich so ein komischer Führerkult untergeschoben, so ein religiöser Führerkult, der dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und außerdem waren es dann alles Idioten. Dazu kommen wir übrigens heute auch nochmal zu den letzten, zu den Idioten, die immer wieder da rumlaufen. Ja, allerdings. Stichwort Idioten. Unsere Hörer sind keine Idioten, denn sie haben uns richtig viel Feedback gegeben. Und einen Teil davon möchte ich zum Abschluss sozusagen, also es geht ja weiter mit unserer Show. Wir werden ja über Dead City reden. Wir werden über die Carol-Show reden, die doch nicht mehr die Daryl-Carol-Show ist. Es ist doch nur die Daryl-Show. Und wir werden natürlich über Rick und Michonne reden. Aber wir wollen jetzt auch mal euch zu Wort kommen lassen. Und dann wollen wir nochmal anfangen mit der Alena, die schreibt. Zuallererst vielen lieben Dank dafür, dass ihr immer noch tapfer eure Folgen aufnehmt. Ich habe euch zu Beginn der 11. Staffel entdeckt und fand euch auf Anhieb sympathischer. Vielen Dank. Ich finde es immer total hilfreich, nach ein paar Folgen in euren Podcast reinzuhören und gewisse Stellen nochmal von einer anderen Seite aus zu betrachten. Stellenweise habe ich mich in der 11. Staffel mehr auf eurem Podcast als auf die Serie selber gefreut. Wobei ich schon sagen muss, dass mir jetzt die letzten Folgen so langsam immer besser gefallen. Ja, das hat ja auch unsere Meinung getroffen. Ich bleibe auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Bin gespannt auf die folgenden Serien und Filme. Vielen Dank, liebe Grüße, Alena. Ja, vielen Dank, Alena. Liebe Alena, die Vanessa schreibt uns. Hey Chris, hey Andreas. Guck mal, nicht Michael. Das hat sich schon eingespielt. Ja, die Mädels sind da mehr auf Zack. Ich wollte schon so oft mal was schreiben, aber ich war nie up to date. Jetzt bin ich es endlich und bei der letzten Folge bin ich gerade mal bis Minute zwei gekommen, denn ich habe mich persönlich angesprochen gefühlt. Ich habe 2010 ein Baby bekommen und 2013 noch einmal. Für die Zombies hatte ich keine Zeit, ich war selbst einer. Die Kinder wurden größer, aber mein Mann fand The Walking Dead scheiße. Im Februar 2022 haben wir uns getrennt und Binge, Binge, Binge. Und ich habe auf einmal Disney bei auf Disney Plus vorbeigeschaut und habe losgelegt. Ich habe mir das reingezogen wie nix und dann kam Staffel 6 Episode 16. Haben wir ja gerade darüber gesprochen. Ich war da schon fassungslos und habe es noch bis Staffel 7 Episode 2 geschafft, den Anfang. Und dann war es für mich erstmal vorbei. Ich war so entsetzt. So eine Kacke wollte ich mir nicht geben. Ich könne die Comics nicht und war mega überrascht und erstmal komplett out of order. Wie ein Tiger in einem Käfig habe ich mich tagelang gefühlt. Ich wollte weiter gucken, aber ich wollte auch nie gedauern bringen. Wer nicht. Genau, wer nicht damals, richtig. Und mir nicht ansehen, was er noch für beschissene Ideen hat. So bin ich auf eure Nerd Talk gestoßen. Ach, guck an. Also es ist immer wieder interessant, wie Menschen zu uns finden. Wieder was Neues, schön. Das war für mich wie eine Therapie. Danke an dieser Stelle. Ich habe in Staffel 7 Episode 2 aufgehört und auf eurem Podcast entdeckt, der mit Staffel 7 Episode 1 beginnt. Das ist richtig. Wir hatten zu Staffel 6 nur eine Staffelzusammenfassung, ganz genau. Und das nur aus purer Verzweiflung. Als ich gehört habe, dass ich nicht die einzige echt Angepisste bin, war das wie Balsam für meine Seele. Dank euch habe ich es durch die siebte Staffel geschafft. Mein Fazit lautet also, nein, die siebte Staffel geht auch beim Bingen nicht spurlos an einem Binger vorbei. Okay, wäre die Frage auch geklärt. By the way, jetzt ist Negan für mich einer der stärksten Charakter in der ganzen Story und ich möchte ihn nicht mehr missen. Viele liebe Grüße, Vanessa. Ja, stark. Also es ist ein total guter Eindruck, weil wir ja wirklich dann irgendwie wöchentlich dabei waren oder halt auch mal es vorgekommen ist, dass wir irgendwie mal zwei Wochen gewartet haben und dann zwei Folgen am Stück geguckt haben, aber halt nicht gebinget haben. Und diese Perspektive ist natürlich total spannend, wirklich. Also auch wenn man binget, ist man mit, ist man, hasst man nie für eine Zeit lang. Dann schreibt uns die Lisa, oh Jungs, ich habe eure großartigen Folgenbesprechung erst kürzlich entdeckt, als ich auf der Suche nach einem Podcast war, der sich mit The Walking Dead überhaupt noch beschäftigt. Ihr seid gefühlt die Letzten, die die Fahne hochhalten und es macht echt mehr und mehr Spaß, sich die teilweise schon sehr schlechten Folgen zur finale Season anzuschauen und danach eure Folgenbesprechung anzuhören. Es ist schön, Leidensgenossen zu haben. Vielen Dank, wobei, wie gesagt, so schlecht fanden wir es jetzt ja am Ende eigentlich dann doch gar nicht mehr. Und es gibt auch noch ein paar Dudes, die uns schreiben, sozusagen dann natürlich auch El Mercy, wie immer. Hallo Andreas, hallo Chris, eine gute Folge und ein entsprechend gut gelaunter Podcast. Krass, wann gab es das das letzte Mal? Ja, das stimmt. Allerdings, wenn du in unsere anderen Besetzungen jetzt reinhörst bei Strange New Worlds, dann wirst du, Michael und mich, auch sehr gut gelaunt hören können. Und wir machen uns nicht drüber lustig. Ja, und du wirst sehen, wie das bei uns ist bei Strange New Worlds. Ab Freitag das Discovery Panel Strange New Worlds. 9.12. Gut, kurzer Shameless Self-Plug. Alles völlig, völlig in Ordnung. Wir sind ja schon vier Folgen weiter. Aber wieso habt ihr mich schon vermisst? Bis jetzt gab es doch zu jedem Podcast ein Feedback. Ja, das hat sich aber beim letzten Mal überschnitten. Da kam dann die Mail zu spät und deswegen. Was das benötigte Farmland angeht, da fragt ihr genau den richtigen, denn ich habe mich tatsächlich wegen The Walking Dead in das Thema alternative Landwirtschaft eingelesen. Ich glaube, das qualifiziert mich als Nerd. Die Frage hattest du ja das letzte Mal aufgeworfen. Ja, genau, genau. Wie viel Farmland braucht man für so eine Community? Genau. In der modernen Landwirtschaft rechnet man pro Person mit 2000 Quadratmeter benötigtem Ackerland. Pro Person 2000 Quadratmeter? Für 50.000 Leute wären das insgesamt 100 Quadratkilometer. Bei einfacher vegetarischer Ernährung ohne Schokoladeneis braucht man aber deutlich weniger. Aha. Nämlich nur 500 Quadratmeter pro Person, also ein Viertel davon. Die Hälfte nutzt man für den Anbau von Kartoffeln oder Getreide, den Rest für Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst. Das ist übrigens nicht nur für Prepper interessant. Wegen den Auswirkungen der modernen Landwirtschaft auf das Klima und die Biodiversität können alternative Anbaumethoden immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ah ja, okay. Das hatte ich letztens noch gelesen, weil die Frage mal, ich bin ja auch noch als Lehrer unterwegs und die Frage kam in meinem Unterricht, was denn die klimafreundlichste Ernährungsweise ist. Und das ist tatsächlich die laktovegetarische oder laktovegane Ernährungsweise. Das heißt quasi, was wir mit vegetarisch nennen würden, du kannst Milchprodukte essen und ansonsten eben vegetarisch. Also Fleisch ist auf jeden Fall ganz, ganz schlecht und nicht hier klimafreundlich, das habe ich gerade falsch gesagt, sondern was die effektivste ist. Also wie viel Ackerfläche du brauchst, laktovegetarische Ernährung war dafür die beste Ernährungsweise. Und das ist ja nochmal bestätigt. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielleicht braucht man so viel Quadratmeter, weil man ja eine Fruchtfolge hat und ja auch was brach liegen lässt. Wahrscheinlich deswegen. Ja, das kann gut sein. Also es wird ja wahrscheinlich auch effektiver, je mehr Leute du hast, weil du dann einfach irgendwie deine Ackerflächen ein bisschen aufteilen kannst. Aber Tierhaltung wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht dazu gehören, zu den effektiven Arten. Ganz sicher nicht. Ja, ja. Ja und Wasserspeicher und die haben auch noch, die haben so ein Mühlrad, aber ich weiß gar nicht, wodurch das angekriegt wird. Aber so ein kleines Windrad einfach nur, aber jetzt keine richtige Mühle. Ne, die haben auch so ein Wassermühlrad. Genau, ja, eben. Das Commonwealth nutzt Dollars als Währung, deswegen wollte Sebastian das Geld. Ja, richtig, dass er das macht, aber im Grunde genommen hatten wir uns, glaube ich, eher die Frage gestellt, warum Geld überhaupt noch eine Rolle spielt irgendwie. Ja, beziehungsweise der, also der gehört zum Adel vom Commonwealth. Ich sehe nicht, dass der besonders viel Geld braucht, ehrlich gesagt. Also auch wenn die das als Währung benutzen, der hat wahrscheinlich doch schon genug, weil ich meine, was soll der, was soll der, was soll der von kaufen, ein Auto? Also das bringt irgendwie nicht viel, so. Eis, ja. Eis bei Prinzess. Was die letzten beiden Folgen betrifft, ich vermute, in der vorletzten Folge wird Oceanside gerettet und dann geht's nach Commonwealth und Pamela wird gestürzt. Die letzte Folge wird ein Epilog, wie unsere Leute sich aufteilen auf die Communities und die Spin-Offs. Also dann bis zum Finale, El Mercy. Ja, auf zum Atom. Fast, nicht ganz. Und was genau passiert ist, das hast du uns zum letzten Mal für dieses Serien-Epos zusammengefasst, Herr Kapellenmeister. Ja, genau. Und wenn es auch, auch wenn es das letzte Mal ist, habe ich mich trotzdem an bestimmten Stellen ein bisschen kürzer gefasst. Trotzdem, ich fasse es jetzt mal zusammen. Also wir starten mit der Folge Family und wir kommen dann nachher zur Folge, wie hieß die nochmal? Rest in Peace. Die Folge Family, auf Deutsch Familie. Wir starten da, wie in jeder Folge des letzten Staffeldrittels mit Judith, aber hier nicht nur mit ihrer Stimme, sondern wirklich auch mit ihr. Judith nimmt Ricks Colt, setzt Rick Junior Ricks Sheriff-Hut auf, den auch Karl früher mal aufhatte, und packt dann noch die Unabhängigkeitserklärung von Karl ein. Das heißt, sie macht nun mal irgendwie ihr Family-Business klar und zieht dann los. Sie reisen nämlich zum Commonwealth. Daryl möchte eigentlich nicht, dass Judith mitkommt und möchte, dass Judith in Alexandria bleibt, aber Judith will Daryl in den Kampf begleiten. Mit dem Zitat, so hat sich mein Bruder die Zukunft nicht vorgestellt. Dafür haben meine Eltern nicht gekämpft. Es ist noch nicht so weit, aber wir können allen helfen, allen Menschen überall. Im Commonwealth selber hatte Mercer Eugene gerade festgenommen, beziehungsweise die Seiten gewechselt. Er bringt Eugene nämlich dann zurück zu Max und Yumiko. Mercer will den Aufstand im Commonwealth jetzt anzetteln. Er glaubt aber, dass man zunächst mehr Leute für den Kampf gegen Pamela sammeln müsste. Eugene, mit dem zu viele unklare Emotionen in der Bevölkerung verbunden sind, soll erstmal im Versteck bleiben. Max und Yumiko sollen Stimmung im Commonwealth machen. So, während sich der Zug von Alexandria jetzt nähert, spielt Mercer gegenüber Pamela den Ahnungslosen, was die Flucht von Eugene angeht. Pamela wird dabei aber stürzig und lässt Mercer anschließend beobachten. Außerdem erteilt sie einen Todesschussbefehl für Eugene, wenn der gesehen wird. Um dann die aufgebrachte Menge im Commonwealth zu beruhigen, will Pamela mit einer Horde Beißer mal wieder einen Lockdown in Commonwealth provozieren. Sie lässt dafür Soldaten eine Horde auf die Stadt zutreiben. Problem, das ist die Horde, in der Aaron, Lydia, Luke, Jules und Elijah gezombieschleimt rumlaufen. Wegen der vielen Soldaten kommen die deswegen nicht mehr weg von der Herde. Im Zug spricht Judith erstaunlich oft über Rick und Michonne. Daryl will mit ihr drüber reden und macht das dann auch. Princess koordiniert mit Mercer den Angriff. Sie sollen sich vor der Westmauer an einem Tunnel sammeln. Gleichzeitig kommt von Osten die Horde. Also eine gute Tarnung für unsere Gruppe, weil da natürlich die Soldaten gebunden sind. Die Horde läuft an einem Wohnwagen vorbei. Aaron sieht darin die einzige Chance, aus der Horde wegzukommen. Er öffnet die Tür zum Wagen, aber Luke, Jules und Elijah werden mitgerissen. Lydia will Elijah noch festhalten, bekommt dabei aber einen Biss in den Arm. Aaron hackt ihr dann schnell den Arm ab und macht sie dabei dann quasi noch mehr zu seiner Tochter, weil er hat ja auch eine Hand weniger. Mercer zieht die Stadtwache von der Westseite zur Hordenverteidigung auf die Ostseite des Commonwealth. Gut für unsere Gruppe, aber auffällig. Pamela wird hellhörig, denn sie weiß, dass an der Westseite ein Tunnel in Richtung des Stadtzentrums führt. Mercer muss jetzt an der Ostseite hilflos mit ansehen, wie Kletterzombies seine Soldaten abschlachten. Eugene wird in seinem Versteck erst entdeckt, aber dann nicht überwältigt. Das schafft er dann wieder, sich zu wehren. Jerry zieht allein los, um die anderen Gruppenmitglieder zu suchen. Auch eine richtig gute Aktion. Daryl, Judith und Co. gehen durch den Tunnel in Richtung Stadtzentrum. Dort merken sie aber, dass sie in eine Falle gelaufen sind. Die Türen in der Versammlungshalle sind verschlossen und von der Galerie werden sie von A-Team-Soldaten beschossen. Warum A-Team-Soldaten? Weil nicht einer trifft. Vor den Toren wird dann Mercer verhaftet. Pamela wird diese gesamte Szene irgendwann zu bunt. Deswegen greift sie selbst zur Waffe und zielt auf Maggie. Judith sieht das und stößt Maggie zur Seite, wird dabei aber selbst getroffen. Davon ist jetzt selbst Pamela entsetzt und gibt Daryl und Maggie die Schuld an Judith vermeintlichen Tod an dieser Stelle. Daryl schnappt sich die verletzte Judith. Die Gruppe entkommt dem Versammlungshaus. Eugene trifft in der Zeit wieder auf Yumiko und Max. An der Ostmauer werden die Wachen von Kletterzombies überwältigt. Pamela zieht sich in eine Gated Community zurück. Die Horde soll währenddessen in die Arbeitersiedlung geführt werden. Das ist ja egal, wenn die sterben. Genau dort zwischen den Kasernen befindet sich die Gruppe um Daryl. Sie versuchen sich vor den Soldaten des Commonwealth zu verstecken. Irgendwann bemerken sie aber, dass die Soldaten sie gar nicht suchen, sondern gegen die Beißer kämpfen. Luke und Jules brechen aus der Horde aus, stoßen wieder zur Gruppe. Carol findet eine Fluchtmöglichkeit. Daryl trägt die schwer verletzte Judith dort in diese Gasse, die Carol gefunden hat. Und da werden sie dann von der Gruppe getrennt. So. Und dann kommen wir zum großen Finale. Daryl entkommt mit Judith im Arm. Die Gruppe um Carol wird aber wieder angegriffen. Die ersten Opfer des Finales sind damit klar. Luke und Jules. Schade. Die waren uns doch in den drei Szenen, in denen sie seit Staffel 9 wieder da waren, so ans Herz gewachsen. Aaron und Lydia schaffen es ins Commonwealth zurück. Max und Princess befreien Mercer. Alle zusammen sammeln sich dann in der Gated Community in einem Versteck und sammeln sich für den großen Kampf gegen Pamela. Negan hat eine Idee, der will Pamela mit einem Scharfschützengewehr erschießen, wird aber dann von Maggie aufgehalten. Und dann macht er ihren Geständnis. Als er mit der schwangeren Annie in der letzten Nacht vor diesem Erschießungskommando saß, hat er es richtig gecheckt, wie es Maggie in der Nacht ging, als er Glenn zermatscht hat. Deswegen will er jetzt die Schuld auf sich laden und Maggie damit aus der Schussbahn nehmen. Maggie spielt da aber ehrlicherweise überhaupt nicht mit. Rosita ist zwischendurch mit Eugene und Gabriel in das Haus geflüchtet. Dabei ist sie kurz zwischen die Walker gefallen, mit Coco im Arm und gebissen worden in die Schulter. Die kann man natürlich schlecht abtrennen. Das heißt, Rosita wird sterben. Judith hingegen wird wieder wach und beichtet Daryl Michons Geheimnis. Michon ist nämlich auf der Suche nach Rick. Das hat Judith Daryl nie gesagt, weil sie Angst hatte, dass er dann auch auf die Suche geht. Zu Recht, wie wir später sehen werden. Ja, ganz genau. Die Walker werden unterdessen immer mehr zur Bedrohung, weil sie auch über den Zaun der Gated Community klettern können. Mercer will den Kampf gerne allein führen und die Alexandrina in Sicherheit bringen. Ezekiel lässt das nicht zu. Der will Mercer zur Seite stehen und auch für ihn kämpfen. Also gehen alle mit Mercer an die Front gegen Pamela. So, vor der Gated Community versuchen jetzt die Commonwealth People verzweifelt reinzukommen, während die Horde von hinten drückt, beziehungsweise andrückt erst mal. Pamela steht mit ihren Truppen auf der anderen Seite des Tores und hinter ihnen steht Maggie, die Pamela im Fadenkreuz hat und Mercer konfrontiert dann Pamela und ihre Truppen direkt. Also eine absolute Putz-Situation. Gabriel ergreift dann die Initiative in dieser Situation und versucht das Tor der Gated Community für die Commonwealthies aufzumachen und es steht ganz kurz vor der Eskalation. In dem Moment ergreift Daryl das Wort und versucht alle zu beruhigen und er sagt den unglaublichen Satz, auf den wir elf Staffeln hingearbeitet hatten. We aren't the walking dead. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, dass der Titel der Serie gedroppt wurde. Ich habe aber das Gefühl, es ist das erste Mal. Bei den Soldaten wirkt es auf jeden Fall. Sie wechseln die Seiten. Pamela wird verhaftet. Die Tore werden geöffnet. Alle Leute stürmen in die Gated Community und auch Elijah und Jerry sind jetzt wieder da. Das Tor wird wieder zugemacht und am Tor stehen jetzt die Beißer. Unter anderem Zombie-Hornsby, auf den Pamela jetzt zugeht. Aber bevor der Pamela fressen kann, erschießt Maggie ihn mit dem Scharfschützengewehr. Die ganze Siedlung wird jetzt zur Bombe gemacht. Überall Benzin und Sprengstoff. Princess lockt mit einer Soundanlage alle Beißer zu einem Brunnen in der Mitte und dann zündet die Bombe. Alle Beißer sterben auch und vor allem die Varianten, die da unten in dieser Gruppe drin waren. Dann Abschlussfeier mit Resümee. Maggie kann Negan niemals verzeihen, sagt sie, ist ihm aber trotzdem dankbar für die Rettung von Herschel Jr. Rosita darf kurz vor ihrem Tod noch Coco halten und sich von ihren Freunden verabschieden. Zeitsprung. Ein Jahr später. Ezekiel ist der neue Governor, aber ohne Augenklappe. Mercer ist seine rechte Hand. Maggie blickt schon wieder in die Zukunft und Daryl zieht es jetzt wirklich mit dem Bike los, um Rick und Michonne zu suchen. Genau, bevor Judith Angst hatte. Ja, und die sehen wir dann tatsächlich auch. Michonne ist eine einsame, berittene Kriegerin und Rick ist ein Überlebender, steht am Rande eines Flusses vor einer großen Stadt. Über ihm eine Hubschrauber. Ja. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Vorher gibt es natürlich nochmal eine kleine Clip-Show. Ja, gut. Wo wir noch so einmal... Aber ich meine, das ist ja schon mal ein Fortschritt im Serien-Telling. Früher wäre so ein Ding eine reine Clip-Show gewesen. Das stimmt, das stimmt. Genau. Also im Prinzip haben wir jetzt wirklich ein Finale, in dem eine finale Eskalation auch stattfindet. Und das ist natürlich auch schon... Das ist was anderes, als wir wahrscheinlich vor 15 Jahren gehabt hätten. Auf jeden Fall. Ich habe mir interessanterweise zu diesen zwei Folgen Story-Wise fast gar nichts notiert. Zum einen, weil ich es einfach gucken wollte, ohne nebenher mir Sachen aufzuschreiben und immer zu pausieren. Ab und zu pausiere ich da und dann schreibe ich mir eben Gedanken auf und dann gucke ich weiter. Ich wollte das wirklich so in einem Ding durchgucken. Ich fand es am Ende des Tages durchaus ein, zwei Mal recht emotional. Unerwartet, hätte ich so gar nicht gedacht. An welcher Stelle vor allen Dingen? Ja, also im Grunde genommen der Daryl Carroll-Ark. So gedacht so, ach, jetzt... Ja, wir sehen ihn ja nochmal, aber schon Bestfreunde und so vor live. Das war aber auch so, dann ehrlich gesagt, ein bisschen mit das Einzige, was mich so emotional hat werden lassen. Es war definitiv ein Serienfinale, ich sag mal, der solideren respektive besseren Art. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn es jetzt zu Ende wäre, dann wäre es auch okay. Also ich gucke jetzt gerne noch zwei, drei Sachen weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da rausgeht. Und es gibt natürlich noch eine Menge offene Fragen, aber wenn man jetzt mal die Rick-Geschichte und die Antiserei davon abzieht, stellen wir mal vor, er wäre wirklich einfach gestorben bei der Brücke. Ja. Dann wäre es jetzt irgendwie auch okay. Ich muss sagen, das fand ich irgendwie, wir können auch über ganz viel, was in diesen beiden Folgen passiert ist, reden, aber das fand ich fast den seltsamsten Part. Dieses Michonne-Rick-Ding am Ende. Weil das ist ein Serienfinale, in dem uns dann am Ende noch ganz kurz angeteast wird, dass die beiden noch leben, aber im Prinzip ja auch keinerlei sinnvolle Informationen gegeben werden, in welchem Zustand die jetzt wirklich sind. Das ist, also, dass uns so wenig gezeigt wird, uns dann aber unbedingt was gezeigt werden musste. Da habe ich mich wirklich gefragt, wofür? Weil The Walking Dead muss ja jetzt nicht irgendwie noch diese paar Klacks Zuschauer von der Hauptserie rüber retten zu Rick und Michonne. Das sind ja wirklich, also wovon reden wir denn hier? Von zwei Millionen? Die werden jetzt den Braten auch nicht mehr fett machen. Also die, keine Ahnung, das habe ich nicht so richtig verstanden, warum man uns das überhaupt gezeigt hat. Und wenn man uns Rick und Michonne zeigt, warum dann nicht mehr? Warum dann nicht ein bisschen mehr Teaser? Also ich, das war jetzt nicht so, dass mich da irgendwas groß interessiert. Rick steht wieder von der Stadt. Ich schätze, es ist irgendwie Pittsburgh oder sowas. Also irgendwie so eine Stadt im Osten der USA weiterhin. Das war jetzt nichts Besonderes irgendwie, finde ich. Naja, es ist halt schon, bisher ist halt aus dem CRM geflohen. Das heißt, da wird irgendwas mit ihm passiert sein. Was wissen wir noch nicht? Ja. Er wird dann wieder eingefangen und was ich am Ende bei Michonne nicht ganz gecheckt habe, wenn wir jetzt eh schon gleich bei dieser Geschichte sind, was ich am Ende bei Michonne nicht ganz gecheckt habe, wo reitet sie denn jetzt als Kendo-Kriegerin drauf zu? Ist das jetzt dieser Dreck, den wir das letzte Mal gesehen haben, als wir Michonne gesehen haben? Oder war das jetzt dann so eine Walker-Herde? Und reitet sie wirklich ernsthaft alleine in so eine Walker-Herde rein? Das habe ich, hast du erkannt, was das sein sollte? Nee, ich habe es auch für eine Walker-Herde abgespeichert, aber das finde ich auch relativ krass und weiß auch nicht, wie sie das überleben soll irgendwie. Aber keine Ahnung, wir werden sehen. Also alles in allem war dieser Teil, und deswegen habe ich ja gesagt, wenn man den Rick-Teil, dazu ziehe ich jetzt halt auch, dass mir schon ein Ding abzieht, war das für mich ein okayes Finale. Aber dieser Teil ließ mich auch sehr ratlos zurück irgendwie so. Ja, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben ansonsten. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich, also ich habe jetzt wirklich keine weiteren Informationen, aber ich habe das Gefühl, dass ich Glenn gesehen habe zwischendurch. Ja, in diesen Flashback-Geschichten. Nee, nicht in den Flashback-Geschichten, sondern ich glaube, wo haben die sich verschanzt? In einem Krankenhaus oder sowas? Genau, es war im Krankenhaus, und die ganzen Ärzte waren aber schon in der Getty Community oder sowas. Genau, und da gibt es irgendwann so einen Typen mit Baseball-Mütze, der irgendwie, ja, wo die Zombies sich durch die Scheiben stoßen quasi, weil sie plötzlich dagegen kommen können. Ja, ja, ja. Und da gibt es plötzlich so einen Typen mit Baseball-Mütze, der sich mit in diese Zombies reinschmeißt. Da habe ich gedacht, ist das Glenn? Also hast du irgendwelche Informationen? Haben sich da alte DarstellerInnen vielleicht irgendwie drin nochmal verewigt in diesem Finale? Also nicht, dass ich wüsste. Nee, also das ist mir jetzt ehrlich gesagt... Ich hatte auch in einer Szene nämlich das Gefühl, Karl gesehen zu haben, aber das war irgendwie... Okay. Also ich will es nicht ausschließen, dass die als Gag nochmal kommen durften, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt so ganz, so nicht hängen geblieben. Ich meine, witzig war halt auch, dass man da halt so einen Charakter wie Luke halt... Du lässt sie halt nochmal auftauchen, um sie dann gleich nächste Folge wieder zu killen. Ja, also das war... Genau. Das ist auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist so ein bisschen Quatsch, ne? Also die großen Opfer, natürlich. Rosita ist wirklich eine sehr präsente Person in den letzten Folgen gewesen allgemein auch. Und die hat ja auch wirklich ihren verdienten Out bekommen, finde ich. Also es war irgendwie... Es waren natürlich teilweise ganz witzige Szenen, wie sie da mit Coco im Arm in die Zombies reinfällt und dann plötzlich wie so eine Superheldin sich rausboxt dann und es doch wieder auf das Auto schafft, um dann irgendwie diesen Supersprung zu machen mit Coco im Arm. Ja, aber man sagt ja immer, dass Mütter beim Beschützen ihrer Kinder irgendwie besondere Kräfte bekommen. So be it. Also ich fand den Rosita-Arc irgendwie ganz schön. Aber Luke und Jules als große Opfer des Finales? Ich weiß nicht. Da fand ich schon Lydia krasser, dass sie irgendwie ihren Arm verliert. Ja, das heißt, wir haben da jetzt wirklich dann am Ende des Tages Lydia, die ein Opfer gebracht hat, aber man hat sich echt nicht getraut irgendwie jetzt. Eugene oder, mein Gott, wie lange haben wir spekuliert, dass eigentlich von Gabriel der Story-Act doch komplett zu Ende ist und auserzählt ist. Ja, ja. Aber, nee, war nicht so. Nee. Hattest du kurzzeitig da gedacht, dass sie es wirklich wagen, Judith umzubringen? Nee. 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 Nee, hab ich, also um Judith hatte ich wirklich keine. Ich hätte höchstens gedacht, dass sie ihr auch vielleicht irgendwie einen Körperteil nehmen oder sowas. Aber um echt zu sein, war ich bei dieser ganzen Judith-Szene vielmehr irritiert von dem Pfeilchen, dass sie Daryl drauf gemalt haben. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Wie kann man das nicht übersehen? Das war so, also es war wirklich schon fast ein groteskes Comic-Pfeilchen, was er da hatte, als blaues Auge. Also das war ich so, okay, ja, okay. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, aber das nur so am Rande. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe da wirklich in dieser Versammlungshalle oder was es auch immer ist, ich glaube Union Station wird das irgendwann mal genannt. In dieser Union Station habe ich halt die ganze Zeit gedacht, okay, wie schlecht kann man denn schießen? Ihr seid oben auf der Empore, ihr müsstet die eigentlich alle wegballern können. Eigentlich müsste das jetzt das Ende unserer Gruppe sein, wenn ihr da oben auf dieser Empore steht. Und dann treffen die halt alle nicht. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, okay, und dann wagen sie sich was. Und ich habe wirklich gedacht, Pamela hätte jetzt Judith erschossen. Habe ich wirklich gedacht. Okay. Und habe dann wirklich gedacht, okay, das ist mutig, aber im Prinzip für ein Finale auch angemessen. Und für ein Finale, das wäre nicht das erste Kind, was The Walking Dead umbringt, wenn wir uns an Lizzie erinnern. Und irgendwie, Judith hatte immer die Ansagen gemacht für das letzte Staffeldrittel. Also irgendwie hätte es für mich auch gepasst, wenn Judith hier gestorben wäre. Ich hätte es mir nicht gewünscht, aber es hätte mir auch wehgetan. Und ich will ja auch im Prinzip, dass so eine Serie mir weh tut. Das Witzige ist ja auch, wir springen jetzt so ein bisschen, aber es ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich hatte in der letzten Folge noch mal, glaube ich, angemerkt, dass man kein Gefühl für die Größe vom Cameroy hat, weil es nie einen Establishing-Shot von diesem Ding gab. Und Bums, in der vorletzten Folge machen sie dann mal einen. Aber auch einen seltsamen, oder? Ja, auch ein seltsamen. Da gibt es so einen kurzen Kameraschwenk, wo man dem Zug, glaube ich, folgt, oder den Jeeps folgt. Und dann schwenkt die Kamera einmal hoch, dass man so, sage ich mal, einen Kilometer Mauer sieht und dass da hinten dran so eine Kleinstadt ist. Weil am Ende des Tages ist es eine Kleinstadt. Und das war es. Das war der komplette Establishing-Shot, den wir jemals in 12, 14 Folgen Commonwealth gesehen haben. So, okay. Hätte ich ja jetzt halt auch nicht mehr machen müssen. Ja, aber das ist doch schade. Also ich meine, eigentlich sind das so Sachen, die sie doch relativ schnell mitnehmen könnten. Macht doch uns, baut uns doch mal mit CGI irgendwie eine Stadt nach oder von Miros. Fotografiert uns auch eine Stadt, macht da die Leute raus und macht die irgendwie ein bisschen zombie-mäßig oder sowas und sagt, das ist jetzt hier halt das Commonwealth. Und dann können wir uns das von vornherein, haben wir ein bisschen ein besseres Bild. Ja. Können uns das vorstellen. Also es kann ja auch nicht so viel Aufwand sein. Das wird natürlich im Spin of Dead City so ein bisschen anders, weil die Gegend kennen wir halt, weil das ist halt New York. Ja. Da bin ich dann schon gespannt, ob das uns was bringt für die Vorstellungskraft und für die Immersion vielleicht auch oder nicht. Also müssen wir mal gucken. Aber was jetzt dieses Finale auch überhaupt nicht zeigt, ist jetzt irgendwie ein Bild ab, wie die jetzt da hinkommen. Also sowohl, wie es jetzt Daryl nach Frankreich verschlägt, haben wir nicht mal den Hauch einer Ahnung, als auch, wie jetzt eigentlich Maggie und Unique nach New York kommen. Ja, auch da haben wir überhaupt kein Bild ab dafür. Das heißt also, diese Miniserien werden sozusagen mehr oder weniger genau da weitermachen. Also die gehen nahtlos weiter. Ist dann halt Staffel 11.2 und 11.3. Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich habe auf alle Serien, die da kommen sollen, Bock aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt schon sind oder ob wir nochmal über diese beiden Folgen jetzt irgendwie sprechen. lass uns noch ein bisschen bei diesen zwei Folgen bleiben. Ja. Gerne noch, gerne noch bei der Serie im allgemeinen. Aber das ist mir halt so aufgefallen, dass man in der letzten Folge nochmal am Anfang halt diese Action in dem Krankenhaus hatte und dann halt nochmal mit, wo nochmal den Abschied von Rosita und nochmal die Geschichte mit Pamela Milton. Da fand ich es natürlich auch nochmal lustig, dass sie dann da am, am Tor halt nochmal den Lance dann als Zombie sieht. Ja. Das war dann in der Tat sogar nochmal, sogar nochmal ein nettes Ding, so ein nettes Gimmick. Und ja, weil sie wird dann verhaftet und in den Knast gesteckt. Kommt dann da nochmal irgendwas? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir Pamela, also ich wüsste auch nicht, in welcher Serie wir sie noch ein bisschen sehen wollen. Ich glaube tatsächlich, die Nummer ist jetzt abgeschlossen. Wir werden auch das Cameroy, glaube ich, nicht mehr so wirklich wiedersehen, weil Ezekiel ist da jetzt der Governor und Mercer ist da jetzt die linke Hand und wird wahrscheinlich auch weiterhin irgendwie die Armee anleiten. Und das sind beides Leute, die moralisch einwandfrei sind, die sich immer für die gute Seite entscheiden werden. Und ja, das läuft halt jetzt, glaube ich. Ja, sehe ich ganz genauso. Also da ist jetzt eigentlich kein großartiger shady Charakter mehr übrig. Nö, nicht wirklich. Nö, nö. Ja, und ich weiß nicht, die Leute haben sich ja alle gedreht durch Daryls große Rede. War das das erste Mal, dass der Titel The Walking Dead in The Walking Dead genannt worden ist? Rick hat schon mal, Rick hat, also das war ja We are not the walking dead, heißt es ja hier. Und Rick hat aber schon mal wortwörtlich gesagt, we are the walking dead. Ah, Okay, dann ist das aber natürlich ein abgeschlossener Arc, dass Daryl jetzt quasi Rick's Wort zurücknimmt. Everything rhymes. Auch nicht so schlecht. Ich überlege, Oceanside ist nicht aufgelöst worden, das hat man am Anfang so gesagt, irgendwer hat ja im Feedback gesagt, ich erwarte, dass Oceanside aufgelöst wird. Gar nicht. Ich glaube, Oceanside, da kommt auch nichts mehr. Nee, natürlich nicht. Also es war ja so ein Nebensatz, ja, da sind sie ja auch gewesen und sowas, aber wir haben es jetzt nicht gesehen und wir wissen auch tatsächlich nicht so genau, was damit jetzt los ist. Ja. Dann haben wir natürlich das zentrale Gespräch mit Maggie und Negan. Ja. Das bereitet Dead City vor. Ja. Ich bin froh, dass wir dieses Thema jetzt endlich zumindest mal halbwegs zu einem Abschluss bringen können, denn wir haben ja dann jetzt seit dem Ereignissen sind ja dann jetzt in Universe sechs Jahre rum sieben, sechs, sieben Jahre rum er hat ja wirklich eine Läuterung erfahren er ist nicht mehr der gleiche und wenn sie ihm jetzt noch permanent nach dem Leben trachten würde, könnte ich das vielleicht verstehen, dass es jemand gibt, der halt oder dass man halt so drauf ist, aber es wäre für die Serie ermüdend, also es wäre dann jetzt irgendwann so, komm, ich kann es nicht mehr sehen, jetzt bring ihn halt endlich um oder lass es Ich habe nur das Gefühl, dass wir an dem Punkt, an dem sie jetzt in diesem Gespräch geblieben sind, eigentlich schon vor drei, vier Folgen waren dieser Punkt, ja Maggie braucht jetzt hier wie man so schön sagt, Ambiguitäts-Toleranz sie muss Negan total dankbar sein dafür, dass er Herschel Junior gerettet hat, vor den Fängen von diesem komischen Typen von Commonwealth dessen Namen ich vergessen habe und gleichzeitig kann sie ihm nicht verzeihen, dass er Glenn zermatscht hat, also den Punkt hatten wir ja schon, oder? Ja, wir sind nicht wirklich im Grunde genommen weiter, da fehlt dann jetzt auch nochmal so ja, wie soll ich sagen, fast schon der der finale Handschlag am Ende so ein bisschen Ja, deswegen bin ich total gespannt, wie der City losgeht, weil wir haben natürlich jetzt Daryl, der der los fährt und damit seine eigene Serie startet, Rick und Michon sind sowieso schon unterwegs, aber Daryl, aber Maggie und Negan sind halt ja noch da, die sind uns ja nicht gezeigt worden, dass sie losziehen, oder habe ich das übersehen? Nein, die sind noch da, also wir sehen nicht, dass sie weggehen, genau Ja Es gibt auch nicht irgendwie sowas, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass er irgendwie sagt, ich gehe jetzt, man sieht ihn halt, also man sieht von von oben, wie er dann so Daryl so zunickt, oder war das sogar die Folge davor, das weiß ich gar nicht mehr und dann sozusagen irgendwo hingeht, aber man sieht ihn ja jetzt nicht die Stadt verlassen Tja, was hat dir gefehlt bei den letzten beiden Folgen jetzt? Also definitiv einfach einen klaren, also stell dir mal vor, wir wüssten nicht, dass diese Spin-Off-Serien kommt Ja Dann, also, oder andersrum würden diese Spin-Off-Serien, wird es dir nicht geben, würde ich sagen, okay, damit kann ich jetzt leben mit dem Ende, es war jetzt nicht der Knaller, aber es war auch okay, es gab, weiß Gott, schlechtere Sachen also von daher, alles gut, wäre für mich in Ordnung. Dadurch, dass ich aber weiß, dass diese Spin-Off-Serien kommen und dass hier nur, weiß Gott, kein Gerücht, kein Geheimnis ist oder sonst irgendwas dann hätte ich ehrlich gesagt, ja okay gut, dann führt mich einfach ein bisschen mehr dahin Weil dann ist es doch ein offenes Geheimnis dass die Nummer hier nicht fertig ist und dann schließt zwei, drei Sachen ab, so rund um Ezekiel und Scarborough, das ist ja völlig in Ordnung Princess, Mercer, Eugene bla bla, alles gut, aber aber die, die wir jetzt halt noch haben, dann dann bringt uns die und vor allem, wo ich wirklich ein bisschen sauer bin ist halt, dass so aktiv mit der Rick-Geschichte gespielt wurde um sie dann einfach, wie wir schon gerade eben besprochen haben, doch so fade irgendwie aufzulösen Ja Ähm, hätten dir noch mehr Opfer gefehlt? Wenn sie gut gewesen wären und nicht nur einfach um des Schockeffekts willen, aber am Ende des Tages hatten wir ja gerade eben schon gesagt, fand ich es halt ein bisschen lame, dann jetzt einfach Luke aus der Kiste zu holen, um ihn dann gleich wieder zu killen Also das fand ich halt ein bisschen doof Wie gesagt, dann hätte ich kaum gesagt, jetzt nimm halt den jetzt, weil es hätte auch zu Gabriel jetzt gepasst, ja Er hat jetzt, er hat wieder zu Gott gefunden und dann kann er sich schön opfern und dann geht's ihm gut und irgendwie sowas, ja Aber dass Lydia den Arm abgehackt kriegt, das fand ich unerwartet Hätte ich jetzt auch gar nicht so mit gerechnet Mhm Dass da so ein bisschen was passiert Und der Rosita Arc, den hatte sich die Darstellerin habe ich gelesen, sehr sehr gewünscht dass sie quasi das große Opfer des Finales ist Ja, fand ich schön, bis halt eben auf diese Superhelden-Geschichte und dieses, diesen Fake Glenn-mäßigen Fake-Tod Weil, das haben sie jetzt schon so oft gespielt dass halt klar war, nee sie wird da jetzt nicht aufgefuttert Und dann kam sie wieder raus und da dachte ich, okay gut jetzt ist sie, ich dachte jetzt ist sie unverwundbar Also ich hätte jetzt halt nicht gedacht dass sie dann jetzt doch gebissen wurde Okay, ja, okay, gut Aber, so be it Ja Ja Ich fand, ich fand eigentlich schön Ich weiß ja auch immer noch nicht Man müsste mir irgendwann mal Stammbücher aufzeichnen Ich hab mir auch nur überlegt Von wem ist eigentlich Coco? Wessen Kind ist das eigentlich? Ähm Ja Ist das nicht von dem Arzt der schon draufgegangen ist vor Ewigzeiten? Siddique Ja Genau Aber es, es hätte doch auch Also es hätte doch auch Gabriel sein können, oder? Die war doch mit mehreren Leuten gleichzeitig zusammen Ja, sie hat schon mal Gabriel und Die hat es mal eine Weile ein bisschen bunter getrieben, ja Eugene, Gabriel und Siddique Mit allen dreien waren sie zusammen und die haben auch alle drei zusammen gewohnt Also alle vier Irgendwie sowas, ja Ja Okay Also Ich fand, ich fand Als ich nochmal drüber nachgedacht hab, dass Judith äh, um ihre Eltern trauert in dieser Folge Und beide sind nicht ihre Eltern Ne? Da ist mir nochmal irgendwie aufgefallen, dass Ähm, mir bei vielen Leuten irgendwie unklar ist, äh, wessen Kinder das sind Äh, bei RJ ist es relativ klar Aber irgendwie bei ganz, ganz vielen anderen ist es mir nicht so richtig klar Ähm Wobei doch Hershel Jr. ist auch sehr klar Ja Ähm, ja Daryl Carroll, was sagen wir denn dazu? Das hat mich ja am meisten dann doch ein bisschen mitgenommen Weil das war so eine Freundschaft, die ich einfach auch so, die hab ich auch so gefühlt Über die ganzen Jahre hinweg Das war so die, das, das überzeugendste Couple von allen Ja, ähm Was ich, was glaube ich für mich an zwei Dingen liegt Erstmal darin, dass Daryl Dixon einfach ein unglaublich beliebter Charakter war Ähm, den, der ja auch Also der hat ja nicht groß geschauspielert, ehrlicherweise Also der, das ist jetzt kein überragender Schauspieler Aber die Figur war einfach von Anfang an gut Und ist deswegen auch unglaublich ausgebaut worden Ich glaube in den Comics gibt's ihn gar nicht, ne? Mhm Äh, und, ähm Deswegen, mit dem haben alle mitgefiebert Und auf der anderen Seite hast du halt wahrscheinlich die beste Schauspielerin von The Walking Dead Richtig Mit Melissa McBride Und ich glaube diese Kombo mit der besten Schauspielerin und dem beliebtesten Charakter Das hat halt irgendwie von Anfang an gut funktioniert Und weil sie sich so auf diesen Charakter fokussiert haben Hatte der auch ganz gute Szenen irgendwie Wenn ich dran denke, wie der seine, ähm Wenn ich, wie der irgendwann mit Negan wieder zusammengefunden hat, ne? Wir erinnern uns vielleicht an diese Szene, wo sie im Wald auf diesem Baumstumpf saßen Und irgendwann dann ihnen klar geworden ist Okay, wir müssen jetzt wieder mal miteinander klarkommen Und das machen wir jetzt, äh Als die, die gemeinsamen Gegner sind die Whisperer Und dann, äh, raufen wir uns darüber jetzt wieder zusammen Ich finde, dass die Daryl-Szenen sehr, sehr gut immer funktioniert haben Über alle Staffeln hinweg und auch noch in den letzten Staffeln Und deswegen finde ich das total konsequent geschrieben Dass der sich im Endeffekt auf sein Motorrad setzt Das, was Judith, wovor Judith immer Angst hatte Weil sie ihn halt kennt Und das ist zwar irgendwie ganz witzig Dass der dann tatsächlich das macht, wovor sie so viel Angst hatte Aber es ist auch konsequent Und deswegen finde ich es eigentlich schön Und deswegen ist auch die Serie vielleicht am besten vorbereitet Weil der fährt halt jetzt los und sucht Und dann wird vielleicht irgendwie darauf gestoßen Dass er jetzt nach Frankreich muss Mal gucken, warum Aber ich weiß auch nicht, wie er da hinkommt mit dem Motorrad Aber vielleicht gibt es auch eine neue Landbrücke Über Alaska und die wieder zugefrorene Arktis Ja, genau Ja, der Klimawandel wurde gestoppt, ne Weil es keine Industrie mehr gab Und deswegen ist jetzt alles wieder gut in der Natur Und die Arktis wieder zugefroren So sieht es aus, ja So lässt sich alles im Universe erklären Ja Ja, ihr merkt schon, liebe Hörer Wir glauben so die Dinge zusammen irgendwie Es war nicht schlecht, es war auch nicht wirklich gut Und ich glaube, mein Hirn ist auch so blockiert Mit einer Erkenntnis Die ich gerne mit dir teilen möchte Über die wir in all den Jahren noch nie gesprochen haben Die aber in den beiden anderen Serien Die du ja beim Discovery Panel und wir bei den Tracknerds ja besprechen Durchaus immer wieder ein Thema ist Und das ist mir wirklich jetzt in der letzten Folge bei dieser Clipshow Da haben sich zwei Synapsen zueinander gefunden Nämlich, dass diese Serie auf eine angenehme Weise unglaublich divers war Ohne jemals damit zu kokettieren Ohne jemals das einem aufs Auge zu drücken Ohne jemals damit rumzulaufen und zu sagen Schaut mal wie modern wir sind Sondern im Grunde genommen hast du hier eine Serie gehabt Die schon seit sehr lange mit Gay-Couples spielt Die mit Handicapped-People spielt Wo alle Ethnien drin vorkommen Männer, Frauen, People of Color Alles drin vorkommt Alle Es gibt bei allen Arschlöcher Es gibt bei allen Gute Es gibt bei allen Helden Es gibt bei allen Feiglinge Keiner strahlt raus Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat Oh, jetzt wird hier einfach Im Prinzip jeder Mann für dumm verkauft Und alle Frauen sind jetzt hier die Heroes Weil es halt so sein will Weil der Vocal Writers rum ist Nein, das war wirklich Und am Ende des Tages hast du Wenn ich mir jetzt gerade nochmal die Endszene angucke Hast du ja dann mit Mercer und mit Ezekiel Zwei POCs Die jetzt das Come on World rein Aber es ist völlig unaufgeregt Es spielt keine Rolle Es sind einfach Menschen Ja, ja Und das muss ich ganz ehrlich sagen Das ist mir noch nie so bewusst geworden Wie in dieser letzten Folge Wo ich mir gedacht habe Das hat Walking Dead wirklich Schon ganz lange Ganz, ganz richtig gemacht Und hat dafür eigentlich Zumindest In den Medien, die ich verfolge Nie Credits für bekommen Mhm Auf der anderen Seite Aber auch nie Hate dafür bekommen Muss man auch sagen Ja Nee, das stimmt Und wir haben irgendwie auch nie So richtig viel über Den Cast von Lauren Ridloff gesprochen Zum Beispiel Warum eigentlich nicht Das ist ein sehr, sehr überragender Krasser Cast Das ist natürlich eine super Schauspielerin Aber du musst auch erstmal dich trauen Eine gehörlose Schauspielerin In einer dann doch Hauptrolle Für eine Zeit lang Zu besetzen Und dann auch die Storys darauf auszulegen Ohne das total in den Fokus zu setzen Immer wieder Dann lernen die halt mit der Zeit Zumindest irgendwie rudimentär Zeichensprache Ich meine, Daryl kann am Ende alles Aber die Das war irgendwie schön Also es war wirklich schön Und ich finde, das ist ein guter Punkt Den du hier ansprichst Es wird nicht so total On the nose gemacht Genau, ja Sondern sie führen das sehr Sie bilden halt die Gesellschaft ab So Und sie tun nicht so Als hätten wir noch die Gesellschaft Aus der Zeit, in der Amerika vielleicht gerade irgendwie Frontierland war Und wir irgendwie die Westernstädte gebaut haben So Nee, sie bilden eine moderne Gesellschaft ab Und sagen, diese moderne Gesellschaft Die hat halt jetzt irgendwie dieses Problem bekommen Und dann waren vielleicht auch viele Bösewichter irgendwie Angry White Men Wenn wir irgendwie mit den Governor An den Governor denken An Negan denken An Pope denken Aber gut Das ist halt auch unsere Gesellschaft In der im Endeffekt irgendwie die Angry White Men Dann doch irgendwie mit ihrem komischen Habitus Dann vielleicht öfter mal an der Spitze landen Aber auch das wird dann irgendwie In der Auflösung nochmal Und da hast du recht Schön Und unaufgeregt Weggebügelt Am Ende sind es halt Ezekiel und Mercer Die jetzt hier das Commonwealth als Governor anführen Ja, schön Ja Und das ist mir wirklich aufgefallen Dass man das hier geschafft hat Und ohne da jetzt großartig Look hier Wie divers wir sind Sondern es war halt einfach Weil es sich organisch so ein bisschen Es war halt Da kommt halt eine Gruppe Und da ist halt eine Taubstimme dabei Was darf man gehörlos? Eins von beiden ist jetzt egal Ihr wisst was ich meine Ist jetzt dabei Weil halt Und bei Eternals zum Beispiel Wo die Schauspielerin ja auch mitspielt Da macht es halt einfach keinen Sinn Weil es sind halt Götter Auch wenn es künstlich geschaffen ist Also warum sollte man einem mit einem Handicap Makes no fucking sense Ja Da habe ich halt immer das Gefühl Sie ist halt drin Damit es halt jetzt möglichst repräsentativ ist Weil es Story-wise nur so bedingt Sinn macht Weil ja damit da auch mit ihrem Struggle Ja auch nicht gespielt wird Es gibt ja diese andere Rolle Bei Eternals Dieses eine Kind Das nicht älter werden kann Spike Spike ganz genau Da macht man ja so ein bisschen Sprite Nicht Spike genau Sprite Sprite genau Aber ich kann auch sein Dass ich es verschlafen habe Im wahrsten Sinne des Wortes Ne Ich habe mich da Mit einer Gehörlosen Dolmetscherin Auf dem anderen Cast Bei einfach Marvel Darüber unterhalten Dass da gerade das Gerade das Es eben nicht so In den Vordergrund gesetzt wird Sondern einfach gesagt wird Unabhängig davon Ob sie jetzt gehörlos ist Oder nicht Hat sie einfach Fähigkeiten Die extrem wichtig sind Und diese Gefähigkeiten Entstehen nicht Aus ihrer Gehörlosigkeit Sie entstehen einfach daraus Dass sie halt so ist Wie sie ist Und das ist sehr sehr gut angekommen In der Gehörlosen Community Das heißt es wird auch hier Nicht on the nose Bei Eternals Gemacht Und darauf achtet Lauren Ridloff auch immer Wohl dass sie die Rollen Eben nicht so besetzt Dass das Jetzt Sie die Gehörlose spielt Die durch Die vor allen Dingen Durch Gehörlosigkeit auffällt Und im Prinzip Ansonsten keine Beispiele hat Das ist natürlich richtig Oder keine Eigenschaften hat Das ist natürlich richtig Ja da gebe ich dir recht Ich wollte auch darauf hinaus Dass wir hier einfach ein In den Rollen halt Künstlich geschaffene Götterwesen haben Warum sollten die Ein Floor haben Verstehst du so Also bei Design Das ist einfach nur In Universe Nichts gegen die Schauspieler Aber in dieser Rolle An sich ist sie da Mit den Fähigkeiten Macht das durchaus Sinn Da gebe ich dir vollkommen recht Nur in Universe Wird einfach nicht aufgeklärt Warum man Götterähnliche Wesen erschafft Die aber dann nicht perfekt sind Wo Also nur zwei nicht Die anderen sind es ja alle Genau Oder ich würde es halt sagen Sie sind halt trotzdem perfekt Also sie sind perfekt Auch in ihrer Imperfektion Und da wird ja mit ganz vielen Sachen gespielt Die irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft Nicht als perfekt angesehen werden Und trotzdem können sie perfekt sein Und auch Homosexualität zum Beispiel Also im Prinzip kannst du es ja Als Provokation sehen Also wie gesagt Da kannst du ein ganzes Fast rum Wie gesagt Der Punkt ist An der Stelle hier Jetzt in The Walking Dead Fand ich es schlicht und ergreifend Einfach und zwar Egal welches Thema Ob es die Gay-Couples waren Haben wir ein lesbisches Paar gehabt? Ja Ja hatten wir Wir hatten hier die Nadja Hilka Der Nadja Hilka Charakter Ich weiß nicht mehr Wie hieß sie nochmal? Genau Laura Laurie Und Yumiko auf jeden Fall Genau Die haben sich am Ende ja nochmal gefunden Und wieder vereint quasi Richtig Das war ja auch ein Finale Genau Ganz genau Also von daher hast du da auch alles ab Aber wie gesagt Es wird halt nie ein großes Wir wollen dafür keine Credits ernten Sondern es ist einfach so wie es ist Punkt Und auch dass jetzt vielleicht die Mehrheit Der Bösewichter Ja dann auch mittel alte weiße Männerwarnstöße Ist mir nie sauer aufgestoßen Weil halt der Gegenentwurf Dann doch einfach ein Team war Bei dem die Herkunft oder sonst irgendwas Einfach nie eine Rolle gespielt hat Also angenehm, angenehm, angenehm Gerne mehr davon Und viel zu wenig Credit dafür bekommen Zumindest in den Medien Die ich dazu verfolge Ja und ich würde ja sogar Also wir müssen jetzt nicht politisch werden Aber man könnte ja wirklich sogar sagen Wenn wir hier die Gegner Dieser modernen Gesellschaft haben Die dann irgendwie von Angry Old White Man gespielt werden Dann ist das ja auch so ein bisschen das Was in unserer Gesellschaft auch passiert Also wenn man nach Brasilien guckt Nach den USA guckt Und was auch immer Oder mal in den tiefen Osten Absolut Manche sagen erst mal In den letzten Zuckungen Von autoritärem Gehabe Aber Ja maybe Aber es ist nicht verwunderlich Dass es dann tatsächlich Von den alten weißen Männern kommt Irgendwie Naja gut Zurück zu Lück Ich habe mir noch ein paar Sachen Aufgeschrieben Zwei Fragen Die mir dann noch aufgefallen sind Eigentlich Sag mal Wurde jemals aufgelöst Wer oder was eigentlich Georgie war Und ist Nein Nicht richtig Aber Weil wir hatten die ja Als die zum allerersten Mal kamen Hatten wir ja gedacht Oh ob das vielleicht die Camon Velf Pamela ist In disguise Ne Es war eine andere Community Aber Maggie war ja da Und Maggie redet auch nochmal Über Georgie Dass sie mit Georgie Da ja auch diese Nummern hatten Und dann kamen die Reaper Und haben diese Community Auch von Georgie überfallen Das heißt Wir wissen auch nichts Über den Verbleib von Georgie Ich glaube aber Dass sie weitergezogen ist Ich meinte Das hat Maggie dann auch mal Irgendwann gesagt Dass sie unter der Bedrohung Der Reaper dann weitergezogen ist Mit ihren Leuten Und Maggie in die andere Richtung Gegangen ist Und Werden wir auch Völlig verloren haben Aus der Story War dann Virgil Ja Wobei der Ja Der war ja am Ende Noch mit Michonne Ne stimmt Der ist Der war nicht zuletzt Mit Michonne Der ist wieder irgendwann Der ist Richtung Oceanside Glaube ich abgedampft Oder Richtung Oceanside Ist der glaube ich abgedampft Den haben wir völlig vergessen Der ist auch weg Weil ich glaube Der kommt auch nicht mehr Höchstens dann vielleicht In der Michonne Serie Weil er hat ja Am Ende des Tages Hat er ja Gut ich meine Das war ja dann nochmal So ein Teil Du musst ja auch sagen Das Ende mit Michonne Und Rick war ja auch Nochmal in der Vergangenheit Weil man sieht ja Wie er dann die Tasche Mit diesem verkratzten iPhone Auf dieses eine Boot schmeißt Was ja dann in der Zukunft Dann eben gefunden wird Also auch dann nochmal So ein Ding Wo ich dann gesagt Ah okay Das war dann für mich Auch fast schon sehr So fast schon unglaubwürdig zufällig Dass sie ausgerechnet Dann dieses Boot finden Ja Ja gut Aber es stimmt Der ist auf jeden Fall Verbunden damit Er war im Endeffekt Der der nochmal Julius deutlich gemacht hat Dass die beiden noch leben Oder zumindest Rick noch lebt Ja Wir haben natürlich Immer noch so ein paar Leute Die irgendwie für immer Verschwunden sind Und wir wissen nicht wohin Wir haben diese Hubschraubernummern Seit Staffel 4 Nicht aufgelöst Wir haben es eben nochmal gesagt Wobei das ja durchaus In Rick und Michonne passieren kann Wir haben noch diesen Rastafari Dude Der an der Brücke Irgendwann mal abgeholt worden ist Von irgendwem Und wir wissen nicht von wem Irgendein Van Das ist so deine Story Nemesis Ich verstehe es Ich verstehe es einfach nicht Da kommt ein Van angefahren Der steigt da rein Und fährt wieder weg Und das wird niemals aufgelöst Was da passiert ist Ich check es nicht Aber gut Ja Keine Ahnung Aber Ich finde es eigentlich Das sind ja mittlerweile Running Gigs Ehrlicherweise Ja Was bleibt jetzt davon übrig Am Ende des Tages Definitiv mehr Positiven Als als Negatives Ich bin bis auf Zwei, drei Staffeln Eigentlich gut unterhalten worden Und selbst die Tiefpunkte Haben einen zumindest Amüsiert Und man konnte sich Schön aufregen Was ja dann manchmal Auch wieder was ist Ich bin bei dir Ich freue mich auf Diese nächsten drei Sachen Ich kann mir aber auch Gut vorstellen Dass es für mich dann gut ist Ich habe ja schon Zu vier The Walking Dead Nicht so ein Draht gefunden Jetzt bin ich durch Dadurch dass ich letzte Woche So völlig flach war Habe ich ein paar Serien im Binge Modus Du vorziehen können Ich hatte mir eigentlich The Crown Für Weihnachten Vorgenommen Das habe ich jetzt aber schon durch Das Ende ist ja eh schon gespoilert Und Deswegen Hätte ich jetzt vielleicht Zwischen den Jahren Doch Zeit Für vier The Walking Dead Aber ganz ehrlich Da türmen sich gerade Mit Wednesday Und Severance Und so Durchaus noch ein paar Interessantere Titel Davor Ich Ich brauche jetzt nochmal Den Abstand Du hast Man who fell From Earth Kommt jetzt auf Genau Zum Beispiel Da müssen wir ja noch Stranger Worlds Uns alle beide Da noch reinziehen Und so weiter Da steht im Moment Einfach so viele andere Sachen drauf Ich glaube immer noch nicht Dass ich das Großartig so tun werde Aber du hast ja mal geschaut Wann es weiter geht Ja ich habe mal geschaut Ich habe eigentlich so viele Informationen ja gar nicht gefunden Was können wir jetzt Schon mal ganz klar sagen Wir haben es schon ein paar Mal Angeteasert Es gibt drei Serien Die definitiv Kommen werden Da wird jetzt auch nichts mehr Darin passieren Das eine ist wohl Ein sechsteiliges Das war mal als Drakino Filme Geplant Jetzt ist es eine Sechsteilige Serie Und die heißt Rick und Michonne Und wir haben jetzt Die ersten Szenen Irgendwie offensichtlich Da am Ende gezeigt bekommen Wobei du sagst schon richtig Das spielt in der Vergangenheit Aber wir werden Rick und Michonne Irgendwie wiedersehen Und die Serie Soll offensichtlich Auch Rick und Michonne heißen Wenn ich das richtig verstanden habe Ja scheint so Genau das kommt im Jahr 2023 Wann auch immer Genau wie die Serie Daryl Dixon Die offensichtlich auch Einfach nur Daryl Dixon heißt Die wird gerade gedreht Ist auch für 23 angesagt Ich würde jetzt fast tippen Dass das die letzte ist Die wir sehen werden Im Jahr 23 Und die wird in Frankreich gedreht Mehr wissen wir da gerade Auch nicht drüber Und die dritte Serie Die ist schon relativ Klar terminiert Die wird im April 2023 kommen Und das ist die Serie Die mittlerweile Dead City heißt Die hieß zwischendurch Mal Dead Island Aber jetzt mittlerweile Heißt sie Dead City Es wird darum gehen Dass Dass Negan und Maggie Sich in New York wiederfinden Und da müssen sie Irgendwas machen Wir wissen nicht genau was Aber sie werden in New York sein So und ich hatte eben Schon mal gesagt Dass ich auf alle drei Irgendwie Bock habe Und das sind Unterschiedliche Gründe Und da kannst du dir Gleich mal auch was zu sagen Ich würde erst mal sagen Auf die Rick and Michonne Serie Habe ich allein schon deswegen Lust Weil sie so kurz ist Und ich finde das gut Ich finde gut Dass man von vornherein sagt Hey wir machen hier sechs Folgen Und in diesen sechs Folgen Wird jetzt nochmal erzählt Wie es den beiden eigentlich ergangen ist Vor allen Dingen Das ist sehr sehr schön absehbar Was passiert denn am Ende So Die Daryl Serie Habe ich extrem Bock drauf Weil sie nochmal Einen ganz anderen Turn macht Weil sie in Frankreich spielt Weswegen da jetzt auch Melissa McWright Wahrscheinlich wieder nicht dabei ist Und Da bin ich gespannt Was denn Daryl da sucht Ob es da vielleicht sogar Um den Ursprung Der Seuche geht Wurde ja mal gemunkelt Dass der eventuell In Frankreich läge Wir werden es sehen Und das dritte Dead City Das hatte ich eben Schon mal angeteasert Das ist einfach jetzt Ein Ort Den wir total gut kennen Das heißt Wir werden hier keine Wir laufen durch Irgendwelche Wälderszenen haben Wir werden nicht Uns fragen müssen Okay In welche Richtung Also wo sind wir denn jetzt gerade Und wie weit ist eigentlich Das Commonwealth von Alexandria Entfernt oder sowas Ne Wir sind in New York City Und im Prinzip Werden wir da wahrscheinlich Jede Ecke kennen können Wenn wir uns ein bisschen In New York City auskennen Und zur Not gehen wir halt mal Auf Street View So Das heißt Das hat einen Charme Irgendwie wenn man schon Mit einer Umgebung spielt Mit denen Mit denen sie uns jetzt Nicht groß überraschen können So Deswegen habe ich auf alles drei Bock Und ich habe auch alles Ich habe auch Bock Dass wir da einfach mal drüber reden Dann Absolut Rico Michonne Ja Habe ich natürlich auch Bock drauf Weil es für mich glaube ich Ich hoffe Dass es das einfach Die Hauptserie dann Zu einem Ende bringt So Weil das sind einfach Die zwei Hauptprotagonisten Die jetzt noch kein In irgendeiner Form Geartetes Ende haben Und das ist für mich Dann das wahre Ende Von The Walking Dead Wenn das hier dann durch ist Weil es dann eben auch noch Hoffentlich Also ganz sicher noch The World Beyond Da rein Krampfen Krampen wird Und dann haben wir noch mal Ein bisschen Jadis Und noch ein bisschen C.A.M. Und vielleicht haben wir am Ende Doch nochmal einen großen Kampf Vom Commonwealth von Daten Unter der Führung von Ezekiel Gegen C.A.M. Kann ja sein Irgendwie sowas in der Art Hunderlos Also da freue ich mich wirklich drauf Das zweite ist dann Durchaus Die Daryl-Geschichte Weil sie einfach Das Universum Dann mal endlich Größer macht Endlich mal In anderen Orten Hingeht Ich bin gespannt Wie sie das spielen werden Weil ich mir ja schon glaube Dass im Rahmen Einer Zombie-Apokalypse Wir in Europa Noch mehr Fakt sind Als in den USA Einfach weil die Waffendichte Hier so gering ist Kann sein Das heißt Da bin ich mal gespannt Ob sie sich da Einen kreativen Ansatz Aussenken Ob das hier in Europa Einfach irgendwie Anders gelaufen ist Als in den USA Einfach aus Zum Beispiel Unter anderem Aus dieser Tatsache Raus Fände ich interessant Wenn sie sich da Vielleicht eskaliert die Auch gar nicht so schnell Wenn wir halt dann auch Eher doch einfach mal Ein besseres Schulsystem hatten Und ja Gucken Bin gespannt Ob sie da Was draus machen Gib ihnen einfach mal The benefit of the doubt Und ja Und diese Maggie-Niegen-Geschichte Finde ich am Ende des Tages Irgendwie so mit Die uninteressanteste Zum einen Weil ich befürchte Im Gegensatz zu dir Dass sie aus New York Dass man New York Nicht als New York Erkennt Sondern sie einfach Ein random Studioset nehmen Und das soll dann New York sein Ist so meine Befürchtung Kann mich natürlich irren Dann ist halt New York Auch ein bisschen Schon durchgenudelt Auch was Endzeit-Geschichten angeht So okay Und wir sind halt auch Im Laufe dieser Zehn Jahre auch Oder zwölf Jahre Auch oft genug Durch leere Städte gelatscht Am Ende nicht mehr Wegen Kosten Aber wir kennen das Jetzt halt auch schon Also das Und über allem steht halt So der What's the point Also jetzt einfach nur Die beiden zu sehen Wie sie halt den nächsten Governor Negan Whisperer Reaper Anführer Platt machen Fände ich jetzt irgendwie Ein bisschen lame Aber Okay Aber das wäre so Meine Reihenfolge Besprechen werden wir sie Natürlich alle Aber Das ist die Auf die ich mich am Wenigsten In Anführungszeichen Freue Ist aber die erste Wenn ich dich jetzt Richtig verstanden habe Damit geht's los Ich gehe davon aus Ja Also ich meine Zumindest ist es die Einzige Die tatsächlich Wirklich schon Ein Datum hat Beziehungsweise Ja zumindest Ein Monat Also das ist ja Jetzt noch kein Datum Aber ja Deswegen gehe ich davon aus Dass das die erste Sein wird Aber Naja Sie können uns natürlich Auch total überraschen Und im Januar Schon Rick und Michonne Raushauen Aber da steht bis jetzt Einfach nur 2023 Das heißt Ich würde mal eher Tippen Dass sie mit Rick und Michonne Dann anfangen Wenn der City Vorbei ist Womit man uns ja Nicht überrascht hat Waren ja die Laufzeit Der letzten beiden Folgen Da hat man sich doch In der Tat Echt nicht mal Einmal gegönnt Mal einen rauszuhauen Nö Aber keine Ahnung Also ich finde es auch Jetzt konsequent Irgendwie Dass sie jetzt nicht Also ich glaube Die letzte war ja Ein bisschen länger Zumindest Aber Ich finde es Sehr konsequent Dass sie da jetzt auch Kein großes Ding mehr draus gemacht haben Sie haben halt die Hauptserie zu Ende gebracht Aber das war jetzt Auch allen klar Dass sie jetzt nicht Walking Dead zu Ende bringen Das würde ja auch Nicht gut tun Wenn sie jetzt wirklich Das riesen Ende von Walking Dead Daraus gemacht hätten Wenn sie gleichzeitig Das Walking Dead Universe Quasi aufmachen möchten Also Das ist richtig Das heißt Du beginnst auch The Walking Dead Universe Ja Ja Also das ist jetzt auch So der Wie das Star Trek Universe Und das DC Universe Und das Marvel Cinematic Universe Und Ja Ganz viele Universen Müsste es eigentlich Dann demnächst Auch noch So den allgemeinen TWD Universe Fanfare Vorher geben Star Trek hat ja jetzt Auch so eine Fanfare Ja Ja Genau Haben sie es auch Wobei ich finde die Sogar ganz okay Die von Star Wars Die finde ich ganz schlimm Die ist so völlig Unstar Wars haft Wo so diese Helme Durchgereiht Durchgenudelt werden Und nicht mal Die Und die sind nicht mal gut Und Die Musik ist komisch Also ja Das ist das beste Beste Universums Fanfare Ist immer noch Die Marvel Studios Fanfare Da habe ich jedes Mal Bock drauf Wenn die kommt Da habe ich immer Bock drauf Die macht mir Spaß Wir hoffen Das hat euch auch Spaß gemacht Mit uns die letzten Jahre Zu verbringen Und es ist ja noch Nicht vorbei Es geht ja noch Ein bisschen weiter Aber Eins sollte auch weitergehen Nämlich euer Feedback Da freuen wir uns Natürlich am meisten drauf Wenn ihr wieder fleißig In die Tasten haucht Aber wenn es noch Ein bisschen dauert Wird bis wir das Aber vorlesen Trotzdem macht es Auf jeden Fall Sinn Dass ihr uns Eine E-Mail schreibt An info At nerdizismus.de Dass ihr auf unseren Discord kommt Auf nerdizismus.de Slash Discord Um dort vielleicht Ein bisschen weiter Zu diskutieren Oder ihr schreibt uns Eine WhatsApp Respektive Sprachnachricht An die 01525 964 7709 01525 964 7709 Und dann hören wir uns Im neuen Jahr wieder Irgendwann im Frühjahr Und werden natürlich Auch eure Gedanken Zu diesem Finale Nochmal mit aufnehmen Andreas beim Discovery Panel Hört bei uns Bei den Track Nerds rein Wir werden jetzt noch Über Endor sprechen Das ist gerade kurz Vor kurzem rausgekommen Wenn ihr diesen Cast hört Wir haben noch was Zu Wakanda gemacht Das ist auch gerade Erst rausgekommen Und auch Endings of Power Und so weiter Also es gibt eine Menge In diesem Sinne Macht es gut Bei allem was ihr immer tut Bis dann Tschüss Tschüss Eine Produktion des Podcast Imperiums Und so weitergekommen Und so weitergekommen Bis dann